Wenn wir uns einig sind, dass wir besser leben wollen, in einer wunderbaren Gesellschaft leben wollen, in der es keine Feinde gibt, in der man vor niemandem Angst haben muss, in der man des Morgens sicher ist, in der es keine Inflation gibt, in der es keine Korruption und alle möglichen Arten von Negativität gibt, welche es hier gibt, es gibt einfach keine Negativität, weil wir sie beseitigt haben. Wir wollen in so einer Gesellschaft leben, aber dazu müssen wir nur noch all unsere Bekannten informieren. Es muss sichergestellt werden, dass niemand in unserem Umfeld, sagen wir, im Unklaren darüber bleibt, dass wir die kreative Gesellschaft aufbauen können und wir müssen sie aufbauen. Wenn wir das tun, wird die kreative Gesellschaft kommen und sie wird sehr bald kommen. Das hängt von uns ab. Und genau auf der Basis dieser Idee sollten wir uns vereinen. Das wird uns einen enormen Nutzen bringen. Ist das nicht so? Worauf basiert also unsere Vereinigung? Auf die Idee. In erster Linie auf dem materiellen Nutzen, auf dem eigenen Nutzen, sowie dem unserer Nachkommen. Denn was auch immer wir unseren Kindern hinterlassen, ein Erbe oder etwas anderes, wir können ihnen keine sichere Zukunft garantieren. Warum? Probleme mit der Gesundheitsversorgung, Probleme mit dem Frieden in dieser Welt, Probleme mit der Inflation und viele andere Dinge. Auf diese Weise hinterlassen wir unseren Kindern, Enkelkindern und Nachkommen äußerst schwierige Umstände im konsumorientierten Format der Gesellschaft. Und das garantiert ihnen keineswegs eine sichere Zukunft, egal wie wir uns bemühen würden. Wenn wir hingegen unseren Nachkommen die kreative Gesellschaft hinterlassen, ist dies für sie eine Garantie für morgen und übermorgen. Ist das denn nicht wunderbar? Ich denke, es ist wunderbar. Deshalb sollte man sich ein wenig mehr bemühen, sich von seiner Faulheit trennen und anfangen, mit dem Menschen zu reden. Und hier ergibt sich ein weiterer Punkt. Die Menschen haben Angst, über dieses Thema zu sprechen. Zu sprechen. Wieder das Thema. Was werden sie über mich denken? Jetzt schaut. Was werden sie über mich denken? Ich habe begonnen, über die kreative Gesellschaft zu sprechen. Doch was ist schlecht an der kreativen Gesellschaft? Warum haben wir keine Angst davor, uns gegenseitig zu täuschen oder zu belügen, um etwas zu bekommen, irgendeinen Nutzen? Aber es gibt nichts, was einem Menschen, egal welchem Menschen, mehr Nutzen bringt als der Aufbau der kreativen Gesellschaft. Ist das nicht so? Doch. Und wir scheuen uns, darüber zu sprechen. Ist das nicht ein Paradox? Und nun schaut, meine Freunde, nehmen wir zum Beispiel die LGBT-Bewegung. Wir haben nichts gegen sie. Jeder hat das Recht, sein Leben so zu leben, wie er will. In diesem Fall nehmen wir es als positives Beispiel. Denn vor 20 bis 30 Jahren konnte niemand auch nur daran denken, dass LGBT in vielen Ländern legal zugelassen werden wird. Und Gott bewahre, man sage etwas Schlechtes gegen sie. Es ist eine sehr kleine Gruppe von Menschen in der Gesellschaft, die ihre Rechte errungen haben. Nicht wahr? Und als eine Minderheit dürfen sie nicht angerempelt werden. Entschuldigt, meine Freunde, es ist eine Minderheit, die ihre Rechte bei einem so heiklen Thema errungen hat. Sie hatten keine Angst, darüber zu sprechen. Vertreter der LGBT-Gemeinschaft scheuen sich nicht, über ihre Probleme zu sprechen und ihre Rechte zu erringen. Während ihr Angst davor habt, mit Freunden und Bekannten darüber zu sprechen, um eure Kinder glücklich zu machen? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es traurig. Warum ist es traurig? Weil wir es nicht gewohnt sind, unsere Rechte zu verteidigen. Und die Menschen haben uns ein Beispiel gezeigt, ein lebendiges Beispiel dafür, wie sogar eine Minderheit ihre Rechte gegen unseren Willen uns allen aufzwingen kann. Während ihr Angst davor habt, mit Freunden und Bekannten darüber zu sprechen, um eure Kinder glücklich zu machen und um selbst in Glück und Freude zu leben, in der kreativen Gesellschaft hat den höchsten Wert das menschliche Leben, euer Leben und das Leben eurer Verwandten, Freunde und aller Menschen. Das ist der Unterschied, meine Freunde. Ich denke, wir sollten uns vereinen und wir sollten anfangen, offen darüber zu sprechen. Denn worüber reden wir? Darüber, was unser Leben verbessert, was unsere Kühlschränke füllt, was unsere Taschen füllt und was uns nicht wie ein Packesel überlastet. Versteht ihr? Und die Arbeit wird Freude bringen. Und das ist möglich. Viele werden sagen, wie ist das denn möglich? Leicht, meine Freunde. Es ist einfach. Alles ist sehr einfach. Also wenn die Menschen Angst haben, dass sich eine neue politische Ordnung oder etwas anderes etablieren wird, das ist keine politische Ordnung. Haben sie im Grunde genommen Angst, etwas zu verlieren? Wir sagen es noch einmal, die kreative Gesellschaft kann keine politische Ordnung oder etwas anderes sein. Nein. Das ist ein völliger Wegfall jeglicher politischer Ordnung. Politik ist eine Steuerung der Menschen. Das ist eine Manipulation. Und wie Jackie sagte, ich meine das künstliche Bewusstsein, Politiker sind professionelle Lügner. Jackie hat damals eine gute Schlussfolgerung gezogen. Leute, nichts für ungut, aber es ist wirklich so. Deshalb sollte es in der kreativen Gesellschaft überhaupt keine Macht über Menschen geben. Niemand hat das Recht, irgendeine Art von Macht über andere Menschen zu haben. Und dies sollte gesetzlich verankert werden. Und nicht nur gesetzlich. Wir müssen es unterstützen. Warum? Ich erkläre es euch ganz einfach, meine Freunde. Ganz gleich, was für einen Menschen wir nehmen. Den Besten, den aufgeklärtesten, den gütigsten, einen Geistlichen. und ihn über uns stellen, ihm die Macht verleihen, wird er genauso werden wie alle anderen. Und zwar sehr schnell. Sehr schnell. Selbst wenn dieser geistliche und erleuchtete Mensch die Machtbewährungsprobe besteht, wird sein Nachfolger mit Sicherheit so wie alle anderen sein. Auf jeden Fall werden Menschen, die diesen geistlichen und erleuchteten Anführer umgeben, auch so werden wie diejenigen, die jetzt diese Welt regieren. Das ist das Naturgesetz. Das Wesentlichste und Wichtigste beim Aufbau der kreativen Gesellschaft ist es, ehrlich zu sein. Die negativsten Eigenschaften des Menschen zu kennen, sie alle offen anzuerkennen und beim Aufbau der Gesellschaft zu berücksichtigen, diese Gesellschaft so aufzubauen, dass es für niemanden möglich wäre, niederträchtige und schlimmste Eigenschaften zutage treten zu lassen. Insbesondere in den Positionen, die mit Verantwortung vor der Gesellschaft verbunden sind. Dann wird alles in Ordnung sein. Das heißt, wenn ein Mensch in eine bestimmte Position berufen wird, um einige Handlungen zu koordinieren, in der Wirtschaft oder irgendwo anders, sollte er über keine Macht verfügen. Macht sollte das Volk haben. Aber dieser Mensch muss Verantwortung tragen und wir sollten solche Bedingungen für seine Arbeit schaffen, unter denen dieser Mensch nicht gleich zum Schurken werden kann, wie so viele die es heute gibt. Nicht wahr? Wir müssen erkennen, dass unsere ganze Negativität zuallererst ein Problem in uns und in der Gesellschaft ist. Es ist unmöglich, die Korruption zu beseitigen. Es gibt keine Länder auf dieser Welt, in denen es keine Korruption geben würde. Keine. Es gibt versteckte, klügere Formen der Korruption. Es gibt offenkundige Korruption. Das spielt keine Rolle. Aber Korruption ist überall. Überall kämpfen Politiker darum, an die Macht zu kommen. Und wozu? Warum zerfleischen sie sich buchstäblich gegenseitig und streben an die Spitze dieser Macht, um uns zu helfen? Sind sie solche Altruisten? Lieben sie uns so sehr, damit sie Tag und Nacht wach bleiben und sich um ihre Bürger kümmern können? Freunde, lasst uns nicht naiv sein. Jeder versteht sehr gut, dass alle ein besseres Leben anstreben. Also, ein besseres Leben sollte für alle möglich sein, aber keineswegs nur für einzelne Individuen. Die Macht sollte bei den Menschen bleiben. Und das ist der ganze Sinn der kreativen Gesellschaft. Sie sollte an niemanden delegiert werden, sonst verderben wir diesen Menschen. Richtig? Richtig. Nun, dies ist die nächste Etappe, während in der ersten Etappe sogar die erste Etappe ist das Informieren. In der nächsten Etappe werden wir die Macht an jemanden delegieren müssen, sogar beim Aufbau dieser kreativen Gesellschaft. Denn alles soll legal sein, alles soll absolut ehrlich, offen, transparent und was am wichtigsten ist, absolut legal sein. Freunde, wenn wir das wollen, wird es sehr schnell gehen, sehr, sehr schnell. Es hängt von uns ab, von jedem von uns. Und die erste Etappe ist sehr wichtig, Freunde, Bekannte und alle anderen zu informieren. Richtig? Ja, das Informieren wird unterschätzt. Wir nehmen einfach das Telefon. Ein einfaches Beispiel. Wir nehmen das Telefon und schauen, welcher meiner Freunde weiß noch nicht über die kreative Gesellschaft? Wer unterstützt sie nicht und warum nicht? Und der einzige Grund, warum er diese vielleicht nicht unterstützt, ist, dass ihr es ihm nicht erzählt und nicht erklärt habt. Und es stellt sich heraus, dass ihr eine kreative Gesellschaft wollt, ihr wollt in einer guten, schicken und schönen Welt leben, aber ihr beraubt euch selbst diese Möglichkeit, weil ihr jemanden nicht informiert habt. Und ihr beraubt diesen Menschen der Möglichkeit, in einer solchen Welt zu leben, ebenso wie andere, die in eurem Telefonbuch stehen. Stimmt das etwa nicht? Und wenn das Bewusstsein sagt, ach komm schon, wie soll ich anrufen und erzählen? Freunde, was ist mit der LGBT-Organisation? Eine kleine Organisation, die ihre Rechte auf internationaler Ebene durchsetzte. Ist das nicht so? Sie verfolgte also ihre Interessen, die viele nicht verstehen und die von der Mehrheit nicht akzeptiert werden. Aber wir, die Mehrheit, haben uns einer Minderheit unterworfen, weil sie das Recht dazu hat. Aber hat die Mehrheit nicht auch das Recht, gut zu leben, menschenwürdig zu leben? Und hier beginnt der Weg. Wenn wir uns selbst die Antwort geben, dass wir als Mehrheit das Recht haben, gut zu leben, wir sind Menschen, und wir sind würdig, dem Ehrennamen Mensch entsprechend zu leben. das geht um mit dem Ehrennamen zu leben. Und hier ist das wie es ist. Und hier natur und dass die nicht sind, die die den Vielen Dank.